Ja, schön euch alle zu sehen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 23. Wir fangen an in Vers 15. Vers 15. Man kann diesen Vers natürlich von verschiedensten Seiten her angehen. Ich komme mal von der Stelle, wo ich glaube, der tiefste geistliche Sinn drin steckt in diesem Vers. Also ich gehe nicht vom Buchstäblichen zum Geistlichen hin, sondern andersrum. Und ich glaube, dass wir im Herrn auch diese Freiheit haben. Es ist dasselbe, was Gott der Vater zu Jesus gesagt hat. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Gott hat das gesagt zu Jesus, als er sich hat taufen lassen. Gott hat das gesagt, auf dem Berg der Verklärung. Als die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg waren und er umgestaltet wurde in seinen verherrlichten Leib. Er hat Gott gesagt, dies ist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Warum? Weil er derjenige ist, der weiser ist als Salomo. Jesus hat das gesagt, die Königin von Sabah kamen von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und nicht nur sie, auch andere. Gottes Wort sagt, es gab keinen Menschen auf Erden vor Salomo und nach Salomo, der so weise gewesen wäre wie er. Und Jesus sagt, die Königin kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Wisst ihr, und Gott freut sich, der Vater freut sich über seinen Sohn Jesus. Warum? Weil er so weise ist. Und die Weisheit zeigt sich darin, wie er dieses Menschenleben lebt. Und wenn jetzt Menschen dieses Leben betrachten, wenn du irgendwen fragst und er sich das Leben Jesu mal ganz nüchtern anschaut. Ich glaube, viele Menschen würden sagen, also so wie Jesus sein Leben gelebt hat, das ist zwar gut, aber nicht besonders weise. Der ist ja schon mit Anfang 30 ums Leben gekommen. Und zwar wurde er unter falschen Anklagen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Das ist nicht besonders weise, so zu leben, dass man dann am Ende so viele Feinde hat, die einen dann ums Leben bringen. Aber da ist natürlich die Frage, was versteht man unter Weisheit? Gott hat einen ganz anderen Blick auf unser Leben und hat eine ganz andere Sichtweise für das, was weise ist. Und darüber haben wir uns ja viele Gedanken gemacht schon im Laufe des Sprüchebuches. Aber ich finde es einfach so wunderbar, diesen Vers hier zu betrachten aus dieser Perspektive. Gott, der Vater, schaut seinen Sohn an und sagt, mein Sohn, wenn dein Herz weis ist, freut sich auch mein Herz. Wir sehen die Freude Gottes über die Weisheit seines Sohnes, wie wir vorhin gesungen haben. Und ich glaube, dass das auch der tiefe Sinn der Taufe Jesu ist. Jesus stellt sich am Anfang seines Dienstes hinten an, hinter in die Schlange der Sünder. Er, der reine, sündlose Sohn Gottes, stellt sich in die Reihe der Sünder hinten an, um sich von Johannes, einem sündigen Menschen, taufen zu lassen. Und Johannes begreift das und sagt, Jesus, ich müsste von dir getauft werden, nicht, dass ich dich taufe. Aber Jesus sagt, lass es geschehen. So soll Gottes Gerechtigkeit erfüllt werden. Und dann lässt er sich taufen, wie ein Sünder, der Vergebung und Reinigung braucht. Er braucht es aber gar nicht. Warum lässt er sich dann taufen? Der tiefe Sinn wird uns weiter im Evangelium und auch in den Briefen offenbart, dass die Taufe den Tod symbolisiert. Und dieser Schritt am Anfang ist ein Bekenntnis Jesu, ein Bekenntnis des Sohnes. Ja, Vater, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen bis in den Tod. Bin bereit, mein Leben hinzugeben im Dienst für dich. Ich glaube und vertraue deiner Weisheit, die so viel höher ist als menschliche Weisheit. 1. Korinther 1 sagt Paulus, die Weisen haben das nicht begriffen. Die Weisheit Gottes macht die Weisheit der Menschen zunichte. Es war weise und so weise, wie es kein Mensch sich ausdenken kann, sein Leben als Opfer einzusetzen. Gott gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz, das Weiseste, was ein Mensch tun konnte. Und es war die Freude Gottes, dass Jesus am Anfang seines Weges gesagt hat, ja Vater, ich bin bereit, bis in den Tod zu gehen. Und ich glaube dir, dass du mir auch Auferstehung schenken wirst. Das symbolisiert die Taufe ja auch. Aus dem Wasser heraus wieder, aus dem Grab hervorkommen, ins Leben. Ja, ich glaube, dass du mich auferwecken wirst, dass du den Tod in mir überwinden wirst. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz. Und meine Nieren jubeln, wenn deine Lippen aufrichtiges reden. Gott war so begeistert davon, dass Jesus alle Worte, die Gott ihm gegeben hat, sein Vater ihm gegeben hat, dass er sie weitergegeben hat. Dass er die Worte des Lebens in diese Welt hineingebracht hat, wie die Jünger gesagt haben, Herr, wo sollen wir sonst hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Der Vater hatte solch eine Freude daran, dass diese Worte durch den Mund seines Sohnes in diese Welt hinauskommen. Ja, sein Wort ist die Wahrheit, die Wahrheit, die uns frei macht. Darüber hatte Gott, der Vater, seine Freude. Wissen Sie, und jetzt wird ein Schuh draus. Dieser Sohn Gottes, er ist gekommen, um für uns zu sterben. Er ist erstanden, aufgefahren in den Himmel und hat seinen Geist gesandt. Allen, die an ihn glauben, empfangen diesen Geist Jesu in sich. Der Sohn Gottes lebt in dir, in mir, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast. Wenn du ihn deinen Retter sein lässt, wie wir gesungen haben. Dann lebt dieser Sohn Gottes in dir und dann spricht Gott zu dir. Mein Sohn, meine Tochter, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz. Und meine Nieren jubeln, wenn deine Lippen Aufrichtiges reden. Unser Vater im Himmel, er freut sich über dich, wenn Jesus in dir lebt, durch dich lebt. Wenn Jesus' Weisheit in dir wirksam wird. Wenn deine Worte die Worte der Wahrheit sprechen. Und das ist es, worum es geht, auch in den Briefen immer wieder. Paulus sagt im Heiligen Geist uns, hey Leute, Gott liebt euch. Er hat euch erlöst. Er hat euch befreit. Er hat euch gerettet. Ihr seid seine Kinder jetzt. Jetzt wandelt würdig der Berufung. Lebt als Kinder Gottes, so wie ein Sohn Gottes. Er gibt euch alles, was ihr dafür braucht. Er gibt euch diese Weisheit. Und wenn dir an Weisheit mangelt, dann bitte ihn, dass er dir Weisheit gibt. Und er gibt gerne. Er wirkt es durch seinen Geist in dir, dass du weise wirst. Und er gibt dir die Worte durch seinen Geist. Die aufrichtigen Worte. Und dann freut sich Gott über dich. Vers 17 Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Das ist so wieder einer dieser Sprüche, die wie so eine Perle hier mittendrin ist und die du in deinem Poesiealbum schreiben kannst. Ja, vielleicht müssen wir alle so ein Poesiealbum Gottes anlegen. Ich weiß nicht, wem es nicht so ergeht. Wer das nicht kennt. Gegen die Sünder eifern. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein sehr friedvoller Mensch so. Und Menschen können schon eine Menge anstellen. Und ich bin da immer noch ganz nett und freundlich. Aber es gibt manchmal so Punkte, wenn Leute so richtig ungerecht mir gegenüber sind. Wenn sie Dinge behaupten, die ich wirklich nicht getan habe, von mir irgendwie. Wenn sie mir irgendwelche Boshaftigkeiten und Schlechtigkeiten unterstellen, die ich nun wirklich nicht gemacht habe. Also dann kann ich mich richtig aufregen. Und wenn ich dann versuche, sie zu überzeugen und sie lassen sich nicht überzeugen. Oh, dann wird es noch schlimmer. Aber was sagt mein Vater? Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder. Lass das bleiben. Sondern um die Furcht des Herrn. Eifre. Jeden Tag. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Passion in unserem Herzen. Wir haben diese Fähigkeit, uns hineinzusteigern, aufzuregen. Gott sagt, reg dich für das Richtige auf. Lass dein Herz für die richtigen Dinge in Leidenschaft entbrennen. Nicht in deinem Zorn gegen die Sünder. Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder. Weißt du, Jesus, sein Herz hat nicht gegen die Sünder geeifert, sondern für die Sünder. Er hat sein Leben gegeben, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Sein Herz hat wohl geeifert gegen die Sünde. Aber nicht gegen den Sünder. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten. Und du und ich, wir sind ja einer davon. Deswegen, wenn ich eifre gegen den Sünder, auf ihn zeige mit dem Finger, zeigen drei Finger zurück. Wenn ich anfange, gegen die Sünder zu eifern, habe ich nicht begriffen, dass ich selbst einer von ihnen bin. Ich maße mir eine Position an, die mir nicht gebührt. Ich mache mich zum Richter. Wir sind aber nicht Richter, sondern wir sind die, die gerichtet werden. Richter ist einer. Und Gott hat sein Richteramt übergeben, seinem Sohn, der sein Leben für die Sünder eingesetzt hat. Also, eifre nicht gegen die Sünder. Ich weiß, es fällt oft schwer. Es fällt uns oft schwer, gerade wenn wir in solchen persönlichen Auseinandersetzungen stehen. Oder manchmal auch, weil wir bestimmte Menschen sehen, die so fieses und heftiges Unrecht anrichten und auch eine Machtposition haben, wo ihnen das möglich ist. Vielleicht in unserem persönlichen Umfeld, bestimmten Menschen gegenüber. Oder, ja, vielleicht auch einfach nur, was in der Weltgeschichte so passiert. Aber wisst ihr, jeder einzelne dieser Menschen, selbst die mächtigsten Herren dieser Welt, sind am Ende Menschen wie du und ich. und selbst wenn sie noch so finster sind, Gott hat sie geschaffen und er hat sie nicht dazu geschaffen, dass sie verdammt werden und verloren gehen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen eifre nicht gegen die Sünder. Das ist nicht unser Business. Gottes Business ist es, am Ende zu richten über die Lebenden und die Toten, über alle Menschen. Jeder Mensch wird sich vor Gott selbst für sein eigenes Leben rechtfertigen müssen. Jeder wird Rechenschaft ablegen über sein eigenes Leben. Deswegen sagt Jesus, hör auf, den Splitter überall in den Augen der anderen Menschen zu suchen und zu finden und daran rumzuarbeiten, sondern beschäftige dich mit dem Balken, den du gar nicht siehst, den du gar nicht wahrnimmst. Das ist wichtig. Und das meint hier der Vers auch. Eifre um die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott. Werde inne, wer Gott ist, nämlich der Richter. Werde inne, wer du bist vor Gott. Mach dir das klar. Werde dir bewusst. Und zwar jeden Tag und das finde ich so einen wunderbaren Zusatz hier. Jeden Tag. Es ist jeden Tag ein Kampf, Geschwister, ob ich im Fleisch wandle oder im Geist, ob ich unter der Herrschaft Gottes lebe oder ob ich es nur sage. Das Reich Gottes hat schon angefangen, hier, jetzt, da, wo der Geist Gottes in dir lebt. Da regiert er. Da ist er, der König. Und er sagt, was geht und was nicht geht. Und er sagt, eifere nicht gegen die Sünder, sondern eifere um die Furcht des Herrn. Täglich. Wenn du mir nachfolgst, dann nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Täglich. Triff täglich diese Entscheidung. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Triff täglich die Entscheidung, nicht ich sitze auf dem Thron, sondern du sitze auf dem Thron. Triff täglich die Entscheidung. Du bist der Richter, nicht ich bin Richter. Und Salomo fügt hier hinzu eine Begründung. Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende. Und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Man kann auch übersetzen, denn wahrlich, es gibt noch eine Zukunft. Und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Wisst ihr, derjenige, wenn wir so im Fleisch sind, wir betrachten die Dinge, gerade wie sie sind. Meistens sehr menschlich. Aber wir verlieren das ganze Bild aus dem Auge, dass Gott regiert. Dass Gott, wie gesagt, alle Menschen geschaffen hat. dass er eine Lösung für das Problem der Sünde geschaffen hat und dass er am Ende auch richten wird. Und im Bewusstsein dessen, dass Gott Richter sein wird über alle Ungerechtigkeit, die ich erlebe, die in dieser Welt passiert, kann ich mein Herz beruhigen und sagen, okay, Gott wird richten. Paulus sagt es so in Römer 12 recht euch nicht selbst Geliebte, sondern überlasst es Gott. Er ist der Richter. Er wird richten. der Tag des Gerichts wird kommen und dann wird Gott alles wiederherstellen und wisst ihr, wenn wir so heftige Ungerechtigkeiten erleben, also gestern, nee, vorgestern war das, meine Frau musste darunter leiden, ich musste meinem ganzen Unmut Luft machen über die Ungerechtigkeit. die Menschen, die gepeinigt werden, die unterdrückt werden, die hilflos sind und keine Hilfe erfahren. Wisst ihr, wenn uns das so überkommt, dann sollte unser Gebet sein, Herr komme bald, weil er wird alles zurecht bringen. Er wird es in Ordnung bringen. Bei ihm wird es keine Ungerechtigkeit geben. Er wird regieren in Gerechtigkeit. Dann sollten wir einfach beten, Herr komme bald. Aber ereifre dich nicht, eifre nicht gegen die Sünder. Du machst nur dein Herz bitter und hart. Nein, lass dich von Gottes Liebe zu dir, dem Sünder dazu führen, selbst ein weiches Herz zu behalten und den Sünder zu segnen, für den Sünder zu beten, für Bitte zu tun, für den Sünder, so wie es Jesus getan hat am Kreuz. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Sohn Gottes in uns. Wir gehen weiter in Vers 19. Höre du, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Wo wir bei Poesiealbums sind, es gibt ja diese Freundschaftsbücher und die Kinder haben diese Freundschaftsbücher, wo du dich dann einträgst mit deinem Lieblingsessen und deiner Lieblingsfarbe und was weiß ich und das wird dann immer ausgetauscht und ja, dann kriegt auch manchmal ein Erwachsener das in die Hand, die Lehrerin oder die Eltern und wenn du so ein Freundschaftsbuch, das kriegst du dann nicht nur einmal, wenn du mehrere, wir haben nun fünf Kinder und dann ja, irgendwann denkt man sich so, ach, das ist langweilig, einfach nur das zu schreiben, sondern man will irgendwas Witziges schreiben, meine Frau hat dann irgendwie mal geschrieben, was willst du werden, Feuerwehrmann, sind wir ja auch schon ein bisschen älter, wir sind ja nun schon was geworden, in Anführungsstrichen, was willst du werden, wenn du schon alt bist, ja, dann hat meine Frau irgendwie so aus einem witzigen Anfall heraus oder vielleicht tief ernst, ich weiß es nicht, das muss ich selber sagen, hat sie geschrieben, was willst du mal werden, weise, höre du mein Sohn und werde weise, so viele Menschen wollen reich werden, so viele Menschen wollen berühmt werden, so viele Menschen wollen irgendwie irgendwas werden, was empfiehlt Gott uns? Werde weise, um diesen Ratschlag zu folgen, muss man erstmal anerkennen, dass man nicht weise ist, wie werde weise, ich bin doch schon weise, okay, gut, werde weise, ich habe noch was zu lernen, selbst wenn du vielleicht schon über 70 bist und hier sitzt, das gilt auch für dich noch, werde weise, der ewige Gott, der hat Weisheit und ich, so alt ich auch schon geworden bin, so viel Lebenserfahrung ich schon gesammelt habe, so viel ich von Jesus auch schon gelernt habe, da ist noch Luft nach oben, werde weise und leite dein Herz den geraden Weg, das finde ich interessant, leite dein Herz den geraden Weg, was sagt die Welt, was sagen Menschen, so ein typischer Spruch, gehe wohin dein Herz dich leitet, ist hier genau umgekehrt, hier ist es genau umgekehrt, leite dein Herz, komisch, was meint Gott damit, so wie ich die Bibel verstehe, so wie ich die Sicht Gottes auf uns Menschen verstehe, ist es so, dass Paulus spricht einmal davon, dass Gott uns bewahren möge an Geist, Seele und Leib und er spricht aber auch davon, dass in der Sünde ein Mensch, der in der Sünde lebt, unter der Herrschaft der Sünde lebt, dass sein Geist tot ist. Das heißt nicht, dass seine Seele tot ist oder dass sein Leib tot ist, aber der Geist ist tot. Was ist der Leib, was ist die Seele, was ist der Geist? Ist manchmal ganz schwer zu fassen, zu definieren, was ist das eigentlich? Aber ich finde es hier interessant, wie gesagt, leite dein Herz. Das Herz ist eigentlich das Innerste des Menschen, seine Persönlichkeit, seine Seele, sein Fühlen, sein Denken, Sein Wille. Und Paulus macht uns deutlich, dieses Wesen des Menschen ist unter der als Sünder leben, dann steht es unter der Herrschaft der Sünde. Und Paulus sagt es in Römer 7, ich elender Mensch, ich will doch eigentlich das Gute. So viele Menschen wollen das Gute. Aber ich tue das Gute nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Ich bin verkauft, ich bin unter einer Fremdherrschaft, ich werde gesteuert von dieser Kraft, die aufbegehrt gegen Gott in mir. Und dann sagt er aber, durch Jesus ist Rettung gekommen. Jesus ist unser Retter von diesem elenden Zustand. und und dann spricht er in Römer 8 von dem Geist, der in unser Leben kommt. Dadurch, dass wir die Herrschaft dieses Christus, dieses Retters annehmen in unserem Leben. Wenn wir uns befreien lassen von Christus, dann sind wir recht frei. Warum? Weil eine Kraft, weil Gott selbst durch seinen Geist in uns kommt, weil Jesus in unseren Leib Wohnung nimmt. Christus lebt in mir, sagt Paulus. Der König lebt in mir durch sein Geist. Aber er sagt, der Geist Gottes bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Unser menschlicher Geist ist wieder lebendig gemacht worden durch diese Rettung, durch dieses Heil. Und ich würde immer sagen, der Geist in mir, das ist meine wahre Identität als Kind Gottes. Und dieses Kind Gottes in mir, was mir bezeugt, du bist ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Das soll regieren, zusammen mit dem Geist. Das ist in Eintracht, in Einheit. Wir sind, alle, die wir dem Herrn Jesus anhängen, sind ein Geist mit ihm. So wie Mann und Frau verbunden sind, eins geworden sind, ist unser lebendig gemachter Geist mit dem Geist Gottes eins geworden. Und der Heilige Geist in Verbindung mit unserem Geist soll nun regieren. Das ist die Herrschaft Gottes in unserem Leben. nicht mehr unser Fleisch, unser gottloses Fleisch, nicht mehr die Seele soll uns bestimmen und leiten. Mein Wille, mein Denken, mein Fühlen soll bestimmt sein durch den Heiligen Geist, durch Jesus, meinen König. Und das heißt nicht, ich lasse mich von meinem Gefühl leiten, ich fühle das so. Das ist nicht richtig, Geschwister. Nicht unsere Gefühle sollen uns leiten. Gefühle sind Reaktionen, Auswirkungen von dem, was wir erleben, erfahren, in unsere Seele. Das wirkt sich aus. Gefühle machen unser Leben reich, sie sind schön, sie sind gut, sie sind hilfreich, sie stärken und unterstützen das, was Gott in unserem Leben wirkt. Aber sie sind kein Kompass. Du kannst nicht dein Leben danach ausrichten, nach deinen Gefühlen. Die Gefühle können uns täuschen. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Sie führen dich in die Irre. Lass dich aber auch nicht von deiner Logik leiten. Auch die Logik hat ihre Grenzen. Was deinem Verstand so logisch erscheint, kann in Gottes Augen auch total in die Irre führen, weil das Wesentliche, das Wichtige in deiner Logik zuerst einmal nicht vorkommt. Nur in einer göttlichen Logik kommt es vor. Das Vertrauen in den Gott, der das Unmögliche möglich machen kann. Der Geist spricht zu uns. Vertraue, du bist ein Kind Gottes. Und Gott ist dein Vater. Und Gott ist der Gott, der alles geschaffen hat und der alles bestimmt und alles in seiner Hand hat, der alle Macht hat. Der ist, der war und der kommt. Also alles soll bestimmt sein vom Geist Gottes. Und dann spricht David zu seiner eigenen Seele. Er sagt, Seele, vertraue auf den Herrn jetzt in dieser Not, in dieser Last, wo du so traurig bist, so bekümmert, so niedergedrückt. Vertraue auf den Herrn. Er wird es am Ende machen und du wirst ihn wieder preisen. Er lehrt seine eigene Seele, sein eigenes Gefühl, sein eigenes Denken. Hey, richte dich aus auf Gott. Wisst ihr, das müssen wir tun, wir müssen unser eigenes Herz leiten auf den Weg. Und zwar müssen wir das tun im Geist, durch den Geist Gottes, in Harmonie mit dem Geist Gottes, mit seinem Wort. Der Geist Gottes hat dieses Wort eingegeben und das ist unsere Hilfe auch in diesem tagtäglichen Kampf, dass Gott regiert in meinem Leben, dass ich täglich den Herrn fürchte, ist ein Kampf, den ich erringe, dadurch, dass ich eins im Geist mich unterstelle, dem der Führung des Geistes Gottes, so wie es sein Wort sagt, so wie er durch sein Wort zu mir spricht, wie er zu mir spricht im Gebet, wie er mich erinnert an sein Wort, leite dein Herz den geraden Weg, lass dich nicht in die Irre führen von deinen eigenen Gefühlen oder von deinen eigenen pragmatischen Überlegungen, sondern lass dich vom Geist führen, vom Geist leiten auf den geraden Weg und leite du selbst mit deinem Geist dein Herz auf den geraden Weg Vers 20 Sei nicht unter Weinsäufern noch unter denen die Fleisch verprassen, denn ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Zum Thema Weinsaufen kommt hier noch am Ende des Kapitels was. Hier geht es erstmal, ja es ist aber nicht nur das Weinsaufen ist ein Problem, auch das Schlemmen. Und hier fokussiert sich Salomo auf die Auswirkungen. Wenn du in solchen Lebensgewohnheiten drinsteckst, gestern hat unser Bruder im Ordnerteam Treffen so ein Beispiel genannt, wie ist es, wenn du jetzt mal einen Tag frei hast oder einen Abend frei hast, wie gestalten wir das? Ja wir tun uns was Gutes, wir kaufen ordentlich ein, ordentlich Stoff, flüssig und fest. Und dann packen wir uns vor die Glotze und glotzen und trinken und fressen und wie geht es uns am Ende dieses Abends? Eigentlich nicht gut. Wir sind total und unsere Seele ist total ausgelaugt, ausgesogen und auch ins Finanzielle geht es. Solche Lebensgewohnheiten, die führen dazu, dass du am Ende verarmst. Wenn du ständig in den und unsere Gesellschaft ist voll darauf ausgerichtet. Die will die Menschen dahin führen, dass sie Fresser und Weinsäufer sind. wenn du in so einen normalen Laden gehst oder so einen großen Laden wie Kaufland oder was weiß ich diese ganzen Regale und sie sagen alle kauf mich, kauf mich, kauf mich, kauf mich, ich gib dir einen schönen Abend, ich mach's dir schön, mit mir hast es richtig toll. Wir haben da alles Maß verloren. Wenn man sich diese Läden anguckt, dann denkt man so, wir haben alles Maß verloren. Und ich denke dann manchmal, all diese vielen Dinge, die da stehen, die sind über kurz oder lang, werden die gekauft und konsumiert. Wer konsumiert das alles, was hier steht? Ist doch der Wahnsinn. Also ich meine, es geht nicht um Kartoffeln, es geht nicht um Brot, wisst ihr? Es geht um tausende und abertausende Tüten Chips oder Schokolade oder so. Wisst ihr? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Was wir da machen. Gut, weiter geht's. Vers 22. Höre auf deinen Vater, ich muss das auch nochmal bedenken, überdenken. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Guck mal, Gott hat uns gezeugt durch seinen Geist. Das ist das Erste und das Wichtigste. Er ist unser Vater und deswegen höre auf deinen Vater. Höre auf Gott. Sei gehorsam. Lass dich leiten. Und wenn dein Vater im Himmel sagt, hey, höre auch auf deinen leiblichen Vater, dann höre auch auf deinen leiblichen Vater. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ja, Menschen, wenn sie alt werden, dann werden sie schwach. Dann sind sie nicht mehr stark, dann sind sie nicht mehr klug, dann sind sie nicht mehr, strahlen sie keine Kraft mehr aus. Dann hast du keine Angst mehr vor ihnen oder keinen Respekt. Dann beeindrucken dich nicht mehr. Nein, sie werden zum Baby. Aber verachte sie dann nicht. Denk darüber, was sie getan haben für dich, als du klein und hilflos warst und dir in die Hose gemacht hast. Sie haben nicht über dich gelacht, sondern sie haben dich versorgt. Sie haben deine Windeln gewechselt und sie haben dich dabei geliebt. Tu das doch dasselbe bitte für sie, wenn sie alt geworden sind. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, dazu Weisheit und Zucht und Verstand. Ja, strebe danach, Wahrheit zu empfangen, die Wahrheit zu wissen, die Wahrheit zu finden. Gott hat versprochen, dass er uns allen, die mit aufrichtigem Herzen die Wahrheit suchen, die sie finden wird. Aber verkaufe die Wahrheit nicht. Wenn Gott dir Wahrheit geschenkt hat, dann gib sie nicht her um irgendwelcher irdischen Güterwillen. Triumphierend jubelt der Vater eines Gerechten und wer einen Weisen gezeugt hat, der kann sich über ihn freuen. Es freue sich dein Vater und deine Mutter und es jubelt, die dich geboren hat. Das sollte unsere Freude als Eltern sein, wenn unsere Kinder weise Entscheidungen treffen, nicht wenn sie tolle Leistungen bringen. viele unserer Kinder leiden darunter, dass sie nur anerkannt werden von ihren Eltern, dass ihre Eltern sich nur begeistern über sie, wenn sie Leistung bringen, welcher Form auch immer. Aber das sollte unsere Freude sein, wenn sie erkannt haben, dass sie selbst ohne Gott das Leben nicht gemeistert kriegen, sondern dass sie erkannt haben, ich brauche Gott, ich brauche seine Weisheit. Das ist der Weisheit Anfang, die Furcht Gottes. Wenn wir das in unseren Kindern sehen, das soll unsere Freude sein. Daran sollen wir uns begeistern. Ja, das andere ist auch gut, das ist auch okay, ja toll, das hast du toll gemacht, aber es sollte nicht unsere höchste Freude sein und im Gegensatz dazu unsere größte Enttäuschung sein, wenn die Kinder das nicht bringen. Unsere Kinder merken das, was uns wirklich wichtig ist. Das, was uns wirklich wichtig ist, ist das, worüber wir uns am meisten freuen. Und da muss Gott unser Herz verändern. Wir sollten endlich von unserem Vater lernen, was wirklich wichtig ist im Leben und worüber wir uns wirklich freuen können. Gib mir meinen Sohn dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Das haben wir letztes Mal darüber nachgedacht schon. Denn eine tiefe Grube ist die Hure und ein enger Brunnen die fremde Frau. Ja, sie lauert wie ein Räuber und sie vermehrt die Treulosen unter den Menschen. Darüber haben wir vor zwei, drei Wochen auch intensiver nachgedacht. Wir schließen mit diesem Abschnitt über die Weinsäufer. Wer hat Acht? Wer hat Weh? Wer Zänkereien? Wer Klage? Wer Wunden ohne Ursache? Wer trübe Augen? Die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Ja, das sind wirkliche Forscher. Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht heruntergleitet. Zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit Gift wie eine Otter. Deine Augen sehen seltsames und dein Herz redet verworrenes und du bist wie einer, der im Herzen des Meeres liegt, in einem Schiff und wie einer, der da liegt im Ausguck am Mast oben. Da spürst du das Schwanken des Schiffes noch viel mehr, als wenn du unten auf Deck bist. Ich bin noch nie da oben gewesen, weiß ich nicht. Mir reicht es schon manchmal dann auf dem Schiff, also das wird mir schon anders irgendwie. Mann hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht, man hat mich geprügelt, ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will ihn noch mal aufsuchen. Es ist ein wirklich beschämendes Bild, was Gott hier zeichnet. Das ist die Wahrheit. Es ist beschämend. wir Menschen dann, wenn wir so viel Alkohol trinken, wenn wir so viel Drogen zu uns nehmen, dass wir nicht mehr Herr unser Selbst sind. Und wir haben keine Freude. Wisst ihr, der Wein verspricht Freude. Auch in der Bibel wird er als Zeichen für Freude benutzt. Aber wenn wir den so leben, dann geraten wir nicht in Freude, sondern in Ach und Weh. In Klagen, in Wunden ohne Ursachen. So viele Menschen, die in Unfälle verwickelt werden, so viele Unfälle gehen auf Alkoholeinfluss zurück. Es ist nichts Gutes. Es hilft uns nicht. Das ist nicht die wahre Freude. Das ist Fake. Die Freude, die Drogen, die Alkohol versprechen, das ist Fake. Das ist nicht das Wahre. Wisst ihr, das ist nur, wenn es in der Bibel positiv als Zeichen genommen wird, dann ist es ein Zeichen für etwas, was viel tiefer ist, was eine wahre Erfüllung ist, wo die wahre Freude zu finden ist. Wo ist sie zu finden? Nehemiah 8. Vers 9. Das Volk Gottes ist zusammengekommen in Jerusalem. Sie sind wieder zurückgekehrt in die Stadt Gottes. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert und das Gesetz wurde vorgelesen und die Menschen waren traurig, sie waren down, sie waren entmutigt, sie waren berührt, bewegt, sie haben ihre Sünde erkannt. Und dann spricht aber Nehemiah zum Volk und Nehemiah, das ist der Tierschater und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum Volk, dieser Tag ist dem Herrn eurem Gott heilig, seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für denen nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung oder andere übersetzen, sie ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, das ist das Eigentliche, worum es geht. Hey, ihr könnt euch freuen, ihr seid das Volk des Herrn, ihr kennt den Gott, der alles geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott hat euch erwählt als sein Volk. Dieser Gott hat sich euch offenbart. Dieser Gott liebt euch. Dieser Gott beschenkt euch mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn ihr euch daran erfreut, dann ist es eine sichere Burg für euch. Dann seid ihr sicher, dann steht ihr fest. Dann seid ihr nicht auf einem schwankenden Meeres, auf einem schwankenden Schiff irgendwo im Mastkorb. Die Freude am Herrn. Wisst ihr, das ist unsere Stärke, sogar in größter Not, in größten Lebensherausforderungen. Was könnte die größte, eine der größten Lebensherausforderungen, die ich mir vorstellen kann, hat unser Bruder Paulus erlebt. Er wurde wie sein Herr Jesus Christus unter falschen Anklagen stand er vor Gericht und sollte zum Tode verurteilt werden, womöglich. Und als er dort in Gewahrsam war, hat er seinen Geschwistern nach Philippi einen Brief geschrieben. Was war das für ein Brief? Ein Brief mit Ach und Weh? Mit Klage? Ihm ging es wirklich dreckig. Er hatte einen Grund gehabt, Ach und Weh zu rufen und zu klagen und zu jammern. Aber was schreibt er? Philippa Brief, Kapitel 4. Er schreibt Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Er ermutigt seine Geschwister, er sagt, steht fest im Herrn in diesen Tagen. Ihr seid meine Freude. Ihr seid mein Siegeskranz. Und dann Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch alle Zeit. Warum kann ich mich alle Zeit freuen? Ich brauche keinen Schnaps dafür zu trinken oder keinen Wein. Ich brauche nicht eine Tüte Chips dafür. Was ist denn der Grund unserer Freude, dass wir uns alle Zeit freuen können? Geschwister, es ist das wunderbare Gnadengeschenk, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir ewiges Leben haben, dass wir sein sind und er unser, dass der Gott, Himmel und Erde geschaffen hat, uns liebt, dass der Gott, der der Richter ist aller Welt, dass er ein Sündopfer für uns gebracht hat, sodass wir mit Zuversicht auf dieses Gericht zugehen können, weil wir wissen, wir werden nicht gerichtet werden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wir sind seine geliebten Kinder und er ist immer mit uns und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und er ist unser Fürsprecher, er tritt für uns ein und er ist die Kraft, die uns überwinden lässt alle schlimmen Lebenssituationen, die wir durchleben und durchleiden werden. In ihm, der uns geliebt hat, überwinden wir bei weitem und nichts kann uns von seiner Liebe trennen, nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Das sind alles Sprüche, die du in deinem Poesiealbum schreiben solltest und tagtäglich lesen solltest, um dich darin zu stärken, dass du deine Freude in ihm hast tagtäglich, dass deine Freude, wir sind doch Gewohnheitsmenschen, wir suchen Freude und dann finden wir einen Weg, dass wir Freude haben, der eine findet es im Sporttreiben, der andere findet es in Erfolg haben, der andere findet es in Alkohol und Drogen, der andere findet es in Sex, der andere findet es dort und wenn du es gefunden hast, dann sagst du, das will ich nochmal haben. Wisst ihr, und wir als Kinder Gottes, wir sollten unsere Freude im Herrn suchen und wir werden es finden, ich sag's dir, wir werden es finden und wenn wir es gefunden haben in ihm, dann sollten wir es immer und immer wieder aufsuchen, immer und immer wieder üben, tagtäglich, freut euch immer, das ist eine Aufforderung, finde deine Freude tagtäglich, alle Zeit im Herrn, lass ihn deine Freude sein, deine Herzens Freude, deine Lust, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn er tagtäglich deine Freude ist, weißt du was, dann freut sich Gott, freut sich Gott an dir, weil dann bist du weise, wenn du diese Sehnsucht, die Gott in dein Herz gelegt hat, nach Freude, wenn du sie in ihm und in ihm allein findest und dazu gehören natürlich all die wunderbaren Dinge, die er uns schenkt, aber wisst ihr, es wird dann verwandelt in Freude am Herrn, wenn wir all das, was wir empfangen, mit Dank ihm gegenüber empfangen. Wenn wir wissen, das, was ich hier jetzt an Freude erlebe, durch eine Sache, durch einen Menschen, durch eine Begegnung, durch irgendetwas Gutes, was Gott mir schenkt, wenn ich es dankend empfange, dann verwandelt es sich nicht nur in Freude an dem Ding, was ich da erlebe, was ich erfahre, sondern in Freude am Herrn, der mir das geschenkt hat. Deswegen sagt Gott zu uns, freut euch im Herrn alle Zeit. Er ist die Erfüllung unserer Sehnsucht nach Freude. Und wisst ihr, wenn wir das so tagtäglich üben, uns darin tagtäglich üben, das Leben, wisst ihr, was dann passiert? Der Geist Gottes hat Raum und lässt Frucht wachsen. Und was ist Frucht des Heiligen Geistes? Liebe, Freude. Das ist diese Freude, die Paulus hatte, selbst im Gefängnis, die ihn durchgetragen hat. Dieses Schauen auf die Ewigkeit, ja, ich weiß, selbst wenn sie mich zum Tode verurteilen, und das wird Schmerzen sein, aber ich werde meinen Herrn sehen, ich werde mit ihm vereint sein, ist für ein Kind Gottes gibt es nichts, was kommen könnte, was schlimm wäre. Wir können uns immer freuen auf das, was kommt. Es gibt, ja, es gibt diese schweren Zeiten, diese Leiden, die dazwischen stehen, aber wisst ihr, Jesus achtete die Schmerzen gering um um der Freude willen, die vor ihm lag. Und das möchte Gott, dass wir das einüben, dass wir darin leben, dass wir darin wandeln, damit wir überwinden und uns in ihm freuen, alle Zeit und dass wir nicht verführt werden, unsere Freude in etwas zu suchen, was uns am Ende nur Schmerzen bringt. Jesus, ich danke dir für deine Weisheit, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für all die guten, wunderbaren Gaben, du uns gibst, zeitlich und ewig. Herr, vergib mir, wo ich mich viel zu wenig darüber freue, wie ich viel zu sehr im Hier und Jetzt lebe und dich ausblende. Herr, mich immer auf dich schauen, lass mich tagtäglich ja dazu ja dazu durchringen, dich zu fürchten, dich zu ehren, auf dich zu schauen, mein Leben in deine Hand zu legen, all das, was mir in meinem Leben geschieht, gut ist, aus deiner guten Hand zu empfangen, denn alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Herr, ich will lernen, mich am Herrn zu freuen, denn das ist meine Bergfestung, das ist meine Stärke, wie dein Wort es sagt. So lehre du uns alle weiter darin, uns an dir zu freuen, alle Zeit, in dir zu freuen, alle Zeit und dein Wort, auf dein Wort zu hören und dir zu folgen, egal was unser Gefühl sagt, egal was unser Verstand sagt, egal was unser bockiger Wille sagt, Herr, wir wollen unter deiner Herrschaft leben, denn du bist gut und du wirst uns ans ziel ziel Lob und Dank dafür, Herr, Amen.